was macht eigentlich der osterhase wenn ostern vorbei ist auf jeden fall ein bisschen körperpflege und natürlich muss man sich auch mal so richtig strecken und regeln um sich dann an den frischen köstlichen blumen auf dem frisch hergerichteten grab eines verstorbenen sich den wamsfeuch zu schlagen tja osterhasen sind halt auch nur tiere tschüss bis nächstes jahr osterhase so so so